ja hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge auf meinem youtube-kanal chris thailand schön dass ihr wieder mit eingeschaltet habe ich habe mal wieder ein kleines news update zum 8 juli 2020 für euch vorbereitet viel spaß dabei und ich würde einfach mal sagen die headline des tages ist ganz klar dass der start der sogenannten reiseblasen also für touristische reisen nach thailand erst mal wieder auf eis gelegt wurde noch mal kurz erklärt in dieser reiseblase da ging es darum dass touristen aus ländern in denen das ja problem mit kobe 19 unter kontrolle scheint auch wieder nach thailand einreisen dürfen plant war das projekt mit china japan und südkorea nun hat thairat allerdings berichtet dass es zu erneuten ausbrüchen in diesen ländern kam mit corona und deshalb sei der start der sogenannten reiseblase erst mal auf unbestimmte zeit verschoben worden der verkehrsminister teilte mit dass die fluggesellschaften bereit wären allerdings nicht die regierungen der leiter der zivilen luftfahrt behörde teilte mit dass thailand sich jetzt erstmal auf den lokalen tourismus konzentrieren werde und die regierung herausfinden müsse welche länder in zukunft ja für diese sogenannte reiseblase von anderen ländern in frage kommt also von internationalen touristen ja was heißt das für uns touristen aus europa es ist immer noch kein ende in sicht für uns wann wir wieder nach thailand reisen können wie ihr seht so schnell kann das gehen es waren länder geplant es wurden die ersten pläne gemacht japan china südkorea und ja ein weiterer ausbruch und schon ist alles wieder über den haufen geworfen und da sind wir in deutschland zum beispiel noch weit weit von weg wenn man sich die infektionszahlen hier anschaut es heißt also weiter warten ich meine wissen kann es keiner von uns wann wir wieder nach thailand fliegen dürfen was hofft ihr denn persönlich ab wann es wieder losgehen kann habt ihr noch eine reise anstehen für 2020 und wie seht ihr da so die chancen dass ihr den flug bzw die reise antreten könnt oder habt ihr schon storniert oder was vom reiseveranstalter gehört schreibt es doch gerne mal in die kommentare rein ja wenn euch mein kleines news update in videoform gefallen hat dann schreibt es doch gerne mal in die kommentare lasst auch gerne mal einen daumen nach oben da abonniert den kanal und ich sage einfach mal bis zum nächsten mal bleibt alle gesund und ciao